meine haare okay hallo mein name ist yolanda james meine ureigenes gebiet ist die schnittmuster konstruktion du kannst ab sofort in meinem online video kurs die kunst der schnittmuster konstruktion lernen du fragst dich vielleicht hast du ein idee die du gerne umsetzen möchte oder du denkst auch schon lange drüber nach vielleicht ein neues hobby anzulegen und du möchtest gerne wissen wie kannst du ein schnittmuster erstellen um ein kleid oder ein kleidungsstück für dich zu nähen in meinem online video kurs bringe ich dir schritt für schritt wie du deine eigene schnittmuster gestalt ist du musst auch keine vorwissen haben du kannst wirklich als komplette anfänger mit meinem online video kurs die kunst der schnittkonstruktion lernen solltest du interesse haben oder hast du einfach lust entwickelt melde dich gerne du kannst auch gerne anrufen ich werde sogar meine telefonnummer eine kursbeschreibung in der in der video beschreibung machen oder schreibt mir eine kommentar besucht mich auf mein website und vor allem werde ich deine fragen beantworten in bezug auf schnittmuster konstruktion ich freue mich von dir zu hören